Hallo zusammen, in diesem Video soll es um das Rationalmachen des Nenners gehen. Ich weiß ja, wie begeistert ihr von Brüchen und Bruchtermen seid. Und da wir jetzt die reellen Zahlen haben, also auch Wurzeln dabei sein können, kommen diese Wurzeln jetzt auch in Brüchen vor. Aber keine Angst, wir starten mit einem ganz einfachen Beispiel. An diesem Beispiel versuche ich euch zu erklären, was es bedeutet, den Nenner rational zu machen. Wie wir jetzt gerade schon gehört haben, geht es beim Rationalmachen des Nenners, wie es der Name schon sagt, darum, dass der Nenner hier unten, weil uns diese Wurzel im Nenner stört, dass die wegkommt. Also es soll aus einer reellen, irrationalen Zahl, soll wieder eine rationale Zahl gemacht werden. Und das funktioniert, indem man ein bisschen sich was zu Hilfe nimmt, was in der Bruchrechnung einfach eigentlich schon gelernt sein sollte. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt diesen Bruch erweitern. Und wenn wir einen Bruch erweitern, machen wir das ja immer mit Zähler und Nenner gleichzeitig. Multiplizieren Zähler und Nenner gleichzeitig mit einer Zahl. Und hier wählen wir uns eine Zahl so geschickt, dass wir, wenn ihr die Rechenregeln bei den Wurzeln noch kennt und was man machen kann, wenn man Wurzeln aufheben möchte, dann geht es hier ums Quadrieren. Also multiplizieren wir hier ganz clevererweise mit dem Nenner, nämlich mit Wurzel 2. Ich erweitere also den Bruch mit Wurzel 2, das heißt also Zähler und Nenner, mit Wurzel 2 mal nehmen. Und anschließend fasse ich das Ganze noch etwas weiter zusammen. Denn Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist ja nichts anderes als die Wurzel aus 2 zum Quadrat. Und die Wurzel aus 2 zum Quadrat ergibt dann die 2. Denn die Wurzel und das Quadrat, die heben sich ja gegenseitig auf. Das sind sozusagen gegen Operationen zueinander. Also bleibt hier die 2 übrig. Das heißt, an der Stelle haben wir es jetzt schon geschafft, dass der Nenner auch tatsächlich rational ist. Nichts anderes ist es. Der Nenner ist jetzt wieder wurzelfrei sozusagen. Und jetzt, wenn man sich das genauer anschaut, ich meine, jetzt müsstet ihr schon glücklich sein, zumindest ein Stückchen. Die Wurzel aus dem Nenner ist schon mal verschwunden. Und wenn man sich jetzt den Bruch noch anschaut, dann passiert sogar im nächsten Schritt, wenn man das jetzt noch ein bisschen vereinfacht, Folgendes, dass der Bruch sogar ganz verschwindet, glücklicherweise bei dieser Aufgabe. Also am Ende seid ihr total happy, denn der Bruch ist sogar komplett verschwunden. Also es bleibt übrig, 2 mal Wurzel 2. Aus dieser, naja, etwas ekligeren Schreibweise hier vorne, durch Rationalmachen des Nenners, ist insgesamt 2 mal Wurzel 2 entstanden. Wir bleiben jetzt mal noch bei der etwas einfacheren Variante. Ihr könnt aber an diesem Beispiel, was wir ein klein wenig gesteigert haben, schon mal selbst ausprobieren, ob ihr das Ganze verstanden habt. Das heißt, ich würde euch jetzt an der Stelle empfehlen, kurz mal auf Pause zu drücken. Und anschließend könnt ihr die Lösung von mir sehen. Also jetzt auf Pause. So, hier nun die Lösung des Ganzen. Ich gehe es noch mit euch einmal schrittweise durch. Also an dieser Stelle haben wir erweitert mit der Wurzel aus 5. Das Erweitern mit Wurzel aus 5 hat dazu geführt, dass im Nenner Wurzel aus 5 zum Quadrat gebildet werden kann. Im Zähler haben wir, so wie es uns die Rechenregeln bei Wurzeln erlauben, Wurzel 2 mal Wurzel 5 direkt unter die Wurzel geschrieben als 2 mal 5. Das Ganze zusammengefasst mit 3 mal Wurzel 10 im Zähler. Aus dem 5 unter der Wurzel und dann zum Quadrat wird einfach nur die 5. Das heißt, aus 4 mal 5 mache ich 20. Und im letzten Schritt, das kann ich machen, wenn ich möchte, so habe ich nämlich tatsächlich keinen Bruch mehr dastehen oder es sieht für mich nicht mehr wie ein Bruch aus. Denn hier vorne dran, 3 zwanzigstel ist ja einfach nur eine Zahl, mal Wurzel aus 10. Und somit habe ich dieses Ergebnis ja wieder entsprechend vereinfacht und zwar indem ich den Nenner wieder komplett rational gemacht habe. Gerade habe ich ja davon gesprochen, dass wir bei der einfacheren Variante geblieben sind. Wenn es eine einfache Variante gibt, so wie gerade eben, dann gibt es auch etwas schwereres, das seht ihr jetzt hier. Hier an der Stelle muss man einen kleinen Trick noch anwenden. Ihr seht, rational machen des Nenners. Der Nenner kann auch mit einer Wurzel oder aber auch mit einem ganzen Term bei der Wurzel ausgestattet sein. Und da muss man jetzt eine kleine Sache wieder im Hinterkopf haben. Und zwar die binomischen Formeln. Genauer, die dritte binomische Formel. Ich habe sie euch hier unten nochmal kurz als kleine Gedächtnisstütze nochmal hingeschrieben. A plus B mal A minus B ist gleich A Quadrat minus B Quadrat. So, dritte binomische Formel. Was hilft uns die jetzt an der Stelle? Vergleicht diese vordere Klammer mit dem Nenner. Dann ist das hier mein A und das hier mein B. So, wenn ich jetzt den Nenner rational machen möchte, das heißt, diese Wurzel soll verschwinden, dann konzentriere ich mich auf mein B. Vorher war das so, dadurch, dass kein Plus, kein Minuszeichen vorgekommen ist, konnte ich einfach mit der Wurzel aus 2 mal nehmen. Das darf ich jetzt nicht. Das Problem ist, wenn ich mit Wurzel aus 2 mal nehmen würde, diesen gesamten Nenner, würde ich im Nenner 3 plus Wurzel 2 mal Wurzel aus 2 einfach nur hinschreiben. Ich zeige euch das mal ganz kurz, was das heißt. Aber bitte, das ist nicht die richtige Lösung. Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, ich habe diesen Lösungsweg jetzt einmal durchgezogen, wenn ich jetzt so wie in den Aufgaben vorher einfach nur mit Wurzel aus 2 erweitert hätte. Dann passiert aber folgendes. Im Zähler, gut, das ist uns relativ egal, aber im Nenner muss ich ja den ganzen Nenner damit mal nehmen. Das heißt, meine Wurzel aus 2 hier an der Stelle, da hat es den gewünschten Effekt. Wenn ich die Wurzel aus 2 in die Klammer einmultipliziere, habe ich 3 mal Wurzel 2 plus Wurzel 2 mal Wurzel 2. Das ergäbe wieder 2. Aber an der Stelle habe ich einfach eine neue Wurzel gebildet. 3 mal Wurzel 2 einmultipliziert in die Klammer. Das heißt, hier habe ich den Nenner definitiv nicht rational gemacht. Das heißt, das Ganze hier ist für uns eigentlich völlig für die Katz gewesen. Und so geht das Ganze richtig. Wir nutzen jetzt also diese Eigenschaften dieser dritten binomischen Formel. Hier vorne haben wir ein a plus b, das entspricht unserem Nenner hier. Und jetzt muss ich es also mit a minus b mal nehmen. Das heißt also, Nenner ursprünglich mal fast genau derselbe Nenner, nur mit einem Minuszeichen statt eines Pluszeichens. So, und das führt dazu, wenn ich das Ganze jetzt richtig erweitert habe und habe auf die dritte binomische Formel aufgepasst. Wenn euch das hier unten anschaut, dann habe ich einen Term, der dann herauskommt, a zum Quadrat minus b zum Quadrat. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon, auf was es hinausläuft. Wende ich die binomische Formel jetzt nämlich richtig an, ergibt sich hier unten 3 zum Quadrat. Das wäre mein a minus Wurzel aus 2 zum Quadrat. Das wäre mein b. Und wenn ich das Ganze jetzt noch ausrechne, also hier wieder den gewünschten Effekt erziele mit Wurzel aus 2 zum Quadrat, ergibt 2. 3 zum Quadrat kann ausgerechnet werden, ist 9. Und das Ganze jetzt noch zusammengefasst, ergibt dann wieder einen Nenner, der eben nicht irrational ist. Also ich habe die Wurzel entfernt und damit habe ich wieder einen Nenner rational gemacht und den Bruch etwas einfacher dastehen. Ich hoffe, ihr erkennt den Unterschied zwischen dieser Methode hier, die richtig ist und auch zum Ziel führt, nämlich den Nenner rational zu machen, und der Methode hier oben. Deswegen habe ich es euch nochmal stehen gelassen, damit ihr das auch mal miteinander vergleichen könnt und seht, was der Effekt ist. Also nur mit der Wurzel aus 2 hier oben zu erweitern, nützt uns nichts. Wir müssen hier eine binomische Formel herstellen. Deswegen ergänzen wir mit dem Nenner nur mit dem anderen Rechenzeichen zwischendrin. Und um das jetzt auch wieder einmal testen zu können, ob ihr es schon verstanden habt, kriegt ihr gleich von mir ein weiteres Beispiel, bei dem ihr es selbst ausprobieren dürft. So, das soll euer Übungsbeispiel jetzt sein, mit dem ihr mal arbeiten könnt. Achtet wieder darauf, dass hier unten, damit es ja auch zu dem gerade vorher gerechneten Beispiel passt, ein ganzer Term dasteht, nicht nur eine einfache Wurzel. Und dann wendet wieder das an, was ihr gerade eben gesehen habt, arbeitet hin zur dritten binomischen Formel, und dann probiert das Ganze jetzt mal selbstständiger aus. Das heißt, an der Stelle jetzt wieder auf Pause drücken. So, hier die Lösung des Ganzen. Wenn ihr euch das jetzt also nochmal anschaut, ich habe hier wieder den Nenner komplett übernommen als Erweiterung, nur mit dem anderen Vorzeichen. Sodass an der Stelle wieder die dritte binomische Formel entsteht, was wir ja haben wollten. Im Zähler habe ich diesmal die Situation, dass Wurzel 2 mal diese ganze Klammer auch richtig multipliziert werden muss. Also Wurzel 2 mal Wurzel 3 und Wurzel 2 mal 4. Das seht ihr hier. Hier unten, durch Anwendung der dritten binomischen Formel, findet dann diese Wurzel 3 zum Quadrat und minus 4 zum Quadrat statt. Das kann schön sauber vereinfacht werden. Macht 3 minus 16. Hier oben, Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 3, habe ich unter eine Wurzel wieder zusammengezogen. Macht Wurzel aus 6. Plus 4 Wurzel 2, nur andersrum beschrieben. Und das Ganze noch ein bisschen vereinfacht. Da gibt ihr hinten diesen Term. Ja, ich gebe euch ja prinzipiell recht, dieser Term sieht auch nicht wesentlich schöner aus als der hier vorne. Aber wir haben wenigstens unser Ziel erreicht, wir haben den Nenner wieder rational gemacht. Das heißt, es kommt keine Wurzel mehr im Nenner vor. Wozu solche Aufgaben denn jetzt gut sind, das werdet ihr noch sehen. Es geht zum Beispiel darum, wenn Brüche mit Wurzeln auch addiert werden müssen, dann geht es immer um den gleichen Nenner beispielsweise. Ja, Hauptnenner bilden. Und dann kommen solche Sachen auch zum Vorschein. Also, ich hoffe, ich konnte euch soweit das Rationalmachen des Nenners näher bringen. Und bis bald, bis zum nächsten Mal. Und dann kommen solche Sachen auch zum Vorschein.